Zwergperten – Deine Fachhändler für Kindersitze Hallo, ich bin Franzi von den Zwergperten und heute möchte ich euch den Recaro Salia vorstellen. Es ist ein Isofix-Sitz, das heißt, er muss auch wirklich immer mit Isofix verwendet werden. Er ist nach Eisheiß zugelassen, von 40 cm bis 1,05 m und bis 18 kg nutzbar. Es ist ein 360-Grad-drehbarer Sitz. Er dürfte ab 15 Monaten vorwärts verwendet werden. Denn ihr wisst, dass wir immer raten, die Kinder so lange wie möglich rückwärts zu lassen. In dem Fall wäre das eben circa 4, je nachdem, wann das Kind die 18 kg oder die 1,05 m erreicht haben. Jetzt zeige ich euch mal, was er so kann. Wir fangen mit dem Einbau an. Das hat Recaro wirklich schön gemacht. Ihr seht hier also ganz genau, ob ihr alles richtig gemacht habt. Aktuell ist hier ein Feldgrün. Das bedeutet, er ist richtig eingerastet, also er ist nicht zur Seite gedreht. Wir haben rechts und links hier jeweils das Isofix und hier noch für den Stützfuß die Anzeige. Das Isofix ziehen wir raus, indem wir hier diesen Hebel anheben und dann hier vorne die Isofix-Arme rausziehen. Die sind jetzt hier starr. Die rutschen euch nicht weg. Das ist schön, wenn ihr vielleicht ein bisschen tiefer ins Polster reinwühlen müsst, um das Isofix zu finden. Das liegt nicht immer so schön sichtbar wie bei uns. Mal einklicken, rechts und links. So, dann zeigt er euch hier vorne auch, dass es eingeklickt ist. Und dann müssen wir es noch wieder ranschieben, indem wir wieder den Hebel lösen und ranschieben, soweit es geht. Jetzt fehlt noch die letzte Anzeige. Das ist der Stützfuß. So, auch grün. Der Recaro lässt sich durch die Einhandbedienung drehen. Wir haben also hier einmal diesen Hebel, den Schieber nach unten und rausziehen und dann kann man ihn drehen. Und es reicht eine Hand dazu. Wer noch ein Kind auf dem Arm hat, ist da sehr dankbar. Jetzt haben wir hier das Innenleben des Recaro Salia. Das hier ist der Neugeborene-Einsatz. Also ab 40 cm ist wirklich sehr, sehr früh. Hier würde ein 40 cm Baby auch echt verloren gehen. Wir empfehlen ihn, sobald das Kind sitzen kann. Das ist bei jedem Kind unterschiedlich. Irgendwann zwischen 6 und 12 Monaten. Und es sollte halt gut reinpassen. Den Neugeborenen-Einsatz nehmen wir dann raus. Der ist hier also einfach nur reingelegt. So würde der dann in den meisten Fällen aussehen. Wenn ihr ihn für euer Kind kauft bei uns. Recaro hat hier das Hero-System. Das Gurtsystem. Unterscheidet sich von anderen, da es hier angenäht ist. Das kann dadurch nicht verrutschen oder sich verdrehen. Macht es wirklich ein bisschen sicherer hier oben, dass einem nicht die Gurte wegrutschen. Wenn ihr das in euren Babyschein habt, ihr es wahrscheinlich auch schon erlebt, dass auch die Gurtpolster nach unten rutschen und sowas. Das passiert hier nicht. Der Salia hat hier oben auch Mesh und auch hier vorne Mesh. Auch an dem Sitz war kleinerer, aber Mesh. Es ist ein bisschen mehr luftzirkulierend, ein bisschen angenehmer. Und auch so ist der Stoff sehr, sehr angenehm. Die Kopfstützenverstellung auch hier ganz einfach an diesem Griff angeschnallt. Genauso wie die anderen 5-Punkt-Gurte auch immer. Nehmen wir mal Klick. Gurte festziehen. Hier festziehen. Fertig. Ruhe-Position lässt sich auch hier in der gedrehten Position verstellen. Der hat drei Positionen. Ist jetzt nicht eine der größten Ruhe-Positionen. Also bei Autos mit sehr schrägen Sitzbänken muss man ein bisschen aufpassen und ein bisschen vorher gucken, ob das auch reicht an Ruhe-Positionen. Für längere Strecken, wo die Kinder vielleicht noch ein bisschen liegen sollen, geht es in manchen Autos vielleicht nicht so gut. Aber das würden wir ja mit euch ausprobieren. So, dann, wenn das Kind angeschnallt ist, drehen wir ihn zurück. Natürlich in die rückwärts gerichtete Position. Wir klappen türseitig noch den Seitenaufbreischutz aus. Der lässt sich also hier so einfach rausziehen. Und wenn man ihn wieder einklappen will, dann einfach so. Ausbau auch ganz simpel. Wir nehmen immer erstmal hier den Fuß wieder, die Spannung weg. Und dann muss man gar nicht hier vorne reingreifen, wie bei manchen. Sondern man kann einfach hier hinten reingreifen, lösen, fertig. So, wenn ihr noch Fragen zu diesem Sitz oder anderen Sitzen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail, ruft uns an oder besucht uns in einem unserer Ladengeschäfte. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns auf euch. Bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.